hallo herzlich willkommen zurück zu einem neuen angespielt there is no pause button es gibt keinen pause knopf das heißt man spielt dieses spiel durch weg ohne pause und dafür hat man hier 999 leben oder nur auf hard 100 leben oder easy ok gibt verschiedene wirklich very easy kann man glaube ich gar kein leben verlieren ihr habt da verschiedene schwierigkeitsmodi weiß nicht was das hier sein soll was das hier sein soll dann das da und very hard so nur 50 leben wohnt da war normal und dann haben wir noch akard mad dash ok aber akard touch the screen to jump ready muss man da drauf jumpen oder was naja ok verstehen ups ja keiner was mit dem sound los ist backt ein wenig rum boah great level 1 geschafft jetzt kommt level 2 hoch das sound backt ein bisschen rum aber so ist es bm level 3 geschafft level 2 geschafft hoch hoch soll ich aufpassen das sind solche wichser ja musst du echt merken wo ist denn hier äh wo fällt es denn weg ne ok jetzt kann man irgendwo sehen irgendwo sieht man das ok das sound nervt gerade so ein richtig kleines bisschen so wirklich richtig krass naja ist sehr nervig ernsthaft ich bin über dem vokal drüber gesprungen alter ist das ein opfer ist das ein opfer ihr seht das teilweise an den und betotten jedoch nicht an den an den an den steinen da unten wo sie runterfallen hier unten ist jetzt ein fake verkackt aber knapp gewesen knapp 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 oh gott ich dachte hier wäre schon der drache gewesen ähm ja keine musik ich ähm man konnte am anfang einstellen ob man mit musik oder ohne anscheinend ist es so ohne ups ja 16 immer schon verloren seht ihr oben links ich habe nur noch 980 leben nur noch bam so ja meinetwegen kann er jetzt hier durchlaufen ähm ja so wirklich wenn man davon nicht raufjumpen auf die dinge dann ist man auch tot was für fahrrad der wicks faker haha 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 das ist noch ein fake pokal okay man kommt hier aber glaube ich irgendwie nicht mehr raus wenn man wenn man reingeht und dann meier hier wo jetzt jetzt nur jetzt nur kommen auf der fahrrad probieren da verfolgt mich was sehr eklisch what the fuck ey das ist ja richtig schnell what the fuck kicken wir mal ein bisschen angst als sache aber gut ja mit sound ohne sound keine ahnung manchmal klappt das manchmal klappt das nicht jetzt kommen wir noch auf very easy und auf mad dash wir haben ein einziges leben nur just one life boah easy so verloren ne ähm okay meine Freunde das was gewissermaßen spielt von there is no pause button ähm ja na habt ihr jetzt gesehen eure entscheidung oder eure ja eure entscheidung ob ihr es mal testen wollt in der videobeschreibung die links zum spiel vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dann ciao ciao you you